Damit ist er angekommen im Checkout-Bereich, Damon Hetter, 109 Punkte, 89, 19, für die Doppel-16 zum ersten High-Finish, zum 1 zu 0 und das macht Damon Hetter, schraubt die Temperatur direkt mal ein bisschen hoch in diesem Achtelfinale. Richtige Ausnahme jetzt, tief reingehen in den Checkout-Bereich, vielleicht mit einem Maximum. Chancen zum Break für den Australier, er kriegt auch einen Darts auf die Doppel-16 und er setzt ihn rein zum 2 zu 0, Break, Damon Hetter. Das ist ein richtig guter Spieler, dieser Damon Hetter, 101,53 hat er abgeliefert gestern gegen Bradley Brooks, 6 zu 2, damit 110er-Finish hat er rausgenommen, 6 von 9 auf die Doppel. Das war schon wirklich richtig gut. Martin muss aufpassen, dass ihm der Australier nicht wegläuft. Starke Slack hier von Schindler. Am besten ein Trippel dabei. Ja, die 93, 80, alles gut läuft, bekommt er wieder einen Dart. Mindestens 18 oder Trippel, 18, Bullseye. Re-Break, Schindler, wow. Und da wird er mal laut, the wall. Besser als beim letzten European Tour-Duell, als er schnell mit 0 zu 3 zurück lag, jetzt schafft er das erste Leck. Martin, you record 94. 94. Trippel 18 on tops. Eppu 10. Genau so, genau so. 94 gecheckt, 88 gecheckt. Das Jahr werden hat sich in die Top 16 der Welt gespielt. Mit viel Werf, mit viel Anspannung. Martin Schindler macht jetzt aber hier Druck. Dritte, 180. In Folge einzufahren gegen Damon Hetter. Break, Martin Schindler, 14 Darts. Fantastische Phase von Martin Schindler, der ja auch letztes Jahr einen neuen European Tour-Rekord aus deutscher Sicht aufgestellt hat. Mit 109 Punkten gegen Ryan Searle. Geht nicht unter die 100. Schindler, 43. Doppel 16. Für das vierte Leck in Folge. Stark. Martin Schindler. Sampley, Damon, to throw first. Game on. Für 66 Rest. Aber Schindler ist da. Und Schindler nervt. Vierte, 180. Martin, your record, 65. 65, René. Halbwoll zwei Darts für 40 Punkte Rest für das nächste Break. Doppel 10. Und schade, dass wir da jetzt nicht Martin gesehen haben, weil das war die Reaktion. Das sind weitere Matchplätze für Martin Schindler. The Wall ins Hüttelfinale. Mit sechs Legs in Folge, Fragezeichen. Dickes, dickes Ausrufezeichen. Martin Schindler schaltet Damon Hetter aus. René, wow.